Jetzt kommt erstmal ein anderes Mädchen, und zwar ein etwas älter gewordenes Mädchen, aus Fussburg, Maxolo. Ich bin eine Fata-Lacken-Praktiker, sonst kostet er ein Rheinbuch. Ich bin eine Fata-Lacken-Praktiker, sonst kostet er ein Rheinbuch. Ich bin eine Fata-Lacken-Praktiker, sonst kostet er ein Rheinbuch. Ich bin eine Fata-Lacken-Praktiker, sonst kostet er ein Rheinbuch. Ich bin eine Fata-Lacken-Praktiker, sonst kostet er ein Rheinbuch. Ich bin eine Fata-Lacken-Praktiker, sonst kostet er ein Rhein головen, sonst kostet er ein Rheinbuch. Das war's. Vielen Dank für's Zuschauen!